Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen Video blablabla. Ich beeile mich jetzt mal ganz schnell, ich will das Video jetzt nicht länger als 5 Minuten machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es mehr als 5 Minuten wird. Auf jeden Fall möchte ich euch einen kleinen Kanal vorstellen. Und zwar Nagai? Nagai? Naga? Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Tut mir echt leid, Junge. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, ob ich ihm vielleicht ein Kanal-Design erstellen kann. Er wollte nicht. Dann hätte er gesagt, ja, vielleicht kann ich dich mal erwähnen, du erwähnst mich mal, blablabla. Und da ich helfe ja gerne, ich bin ja auch dafür, dass man unter der Community auf YouTube zusammenhalten muss. Und deswegen zeige ich euch den Kanal jetzt. Ein bisschen kann Videos anschauen oder so. Auf jeden Fall macht er Horror-Desplays und dann sieht man hier, blablabla. Er hat ein Let's Play von Penumbra und jetzt macht er gerade ein Let's Play von Cry of Fear. Ähm, in Part 12 hat er mich dann erwähnt. Und, äh, ja. Das war's dann auch eigentlich schon, ähm. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.